Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Eigentlich wollte ich jetzt ein paar Nebenvisionen machen. Das Spiel lässt mich jetzt aber nicht mehr speichern. Das will, dass ich eigentlich die Hauptvision jetzt mache. Und das wollen wir jetzt einmal als erstes tun. Da wird bei uns dann... Ja, werden wir schon nicht. Zum Quest. Ja. Okay, also ich werde effektiv dazu gezwungen. Aber ich wollte eigentlich keinen Stress mit den Huten haben. Ah, Hoss ist einfach so ein Arsch. Ah, ich glaube, das ist es da rechts. Jetzt waren sie alleine bei dir, okay? Ja. Ich weiß, dass er dir wichtig ist. Aha. Worauf willst du hinaus? Nichts. Ich... Wollte nur sagen, es ist gut möglich, dass es ihm gut geht. Ja, dafür sorgen. Hm, unser Roboter hat Gefühle. Also ich hoffe, er geht dann im Laufe der Hauptpersonen irgendwie drauf. Ja, toll. Eben, Huten-Territorium. Kein guter Ruf. Das ist Jabba's Palast. Das ist riesig. Moment. In der Tat. Warte, was? Wir machen mal ganz kurz ein Foto. Abbrechen. Hallo. Ich will doch nur ein Foto machen. Super. Dankeschön. Ich frage mich halt, wenn wir jetzt einen richtig guten Ruf hätten, wo wir dann einfach reinspazieren könnten und sagen, ja, wir nehmen einfach mit. Okay. Gut, jetzt muss ich da nur noch rein. Au. Ich nehme mal den Weg, da. Ich nehme mal den Weg, da. Aber wenn wir schon bald da sind, können wir ja auch ein bisschen looten. Oh. Alter, der Bank hat. Ah, toll. Fuck. fuck sehen wir gleich die superdinger da scheiße da lebt er noch ja so wollte ich das eigentlich nicht machen aber gut weißt du was ich nehme mal die dicke bumme hiermit und nach bitte nicht umdrehen wobei es wird sich jetzt ja brennt sich beide um stellen wir die waffe nochmal mit das hat richtig gut funktioniert ich mache es doch leise jetzt ist nur die frage was ich mit den robotern mache komm mal her wunderbar da kann ich halt nicht rein kann ich vielleicht jetzt so kann ich dir also alle umgehen okay moin da kann ich auch wieder runter und dann so drüber handeln sehr gut ihr seht mich nicht unter yes oh oh kommst jetzt aber nicht hier hoch oder ciao das ist schlecht dreh dich bitte um nee komm komm danke danke oh da ist was danke danke Ah, okay. Die Aktion. Nein, nein. Nein, nein, nein. Bitte sagt mir jetzt nicht, dass ich schon immer alles von Anfang machen muss. Bitte. Liebe Leute, ich mach da mal einen kleinen Cut für euch. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Da unten war dieser Sprung. Ich hab ihn jetzt geschafft und dann ging es dann hier hoch. Und hab natürlich einen Alarm ausgelöst. Also, nicht wirklich einen Alarm, aber sie haben mich gesehen. Ja. Ich versuch's. Ja, rauf oder runter? Geh mal nach oben. Sehr gut. Ich muss mal ganz kurz was machen. Bin gleich wieder da. So, entschuldigt. Da bin ich wieder. Moin. Ohne dich schaff ich das nicht nix. Wir finden ihn schon. Keine Sorge. Shit, da komm ich nicht hin. Ah, denken Sie daran, dass die Buma-Mönche nicht gestört werden dürfen. Sie stehen weiter unter dem Schutz des erhabenden Chabba. Was mit Karka passiert ist, soll all eine Lektion sein. Es gibt viele Schicksale, die schlimmer sind als der Tod. Okay. Erstmal mitnehmen. Und es geht tiefer. Nochmal zwei Kollegen. Moin. Au. 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 Okay, er geht runter. Und Nummer zwei. Ja, kommst du wieder hoch? Oder bleibst du stehen? Er kommt wieder. Na komm. Fuck. Okay, wir nehmen mal eins. Fuck, nein. Scheiße, das gibt's doch nicht. Okay. Die brauchen... ein bisschen mehr Umpf. Sabotieren. So für den Fall der Fälle. Ähm, Moment mal. Da war noch... Ich sehe eine Kiste, da. Yes. Okay. Ähm, okay. Wie groß ist dieser Ballast? Nein. Okay. Alright. Ich sehe ihn. 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 Wir lassen ihn. Alter, wie viel Schiss denn noch? Holy shit. Oh, kann ich da was machen? Einmal Strom abschalten. Ah, sicher jetzt hier. Alles klar. Wir haben eine 17. Nee. Vielleicht nochmal 13, 2 und so. Okay, 5 und 2. Ah, da unten geht es jetzt weiter. Wo kann ich denn hier? Ich habe mich da runter hängen lassen, aber... Ich schaue mal hier weiter. Und das wäre einmal zum Umgehen. Sabotieren. Nice. Das wäre schon mal... Kann ich wieder zurück? Weil da war noch dieses... Designer Schacht. Aber okay. Oh, schade. Irgendwelche Gutes hier versteckt? Ja, natürlich. Dankeschön. Benötigt Schlüsselkarte, Lagerdarm. Moin. So, gleich mal sabotieren. Oh, sehr gut. Guck mal, jemand hier? Nee. 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 So, was haben wir hinter dieser Tür? Ach, Mann. Er läuft da hinten. Soll ich dich mal ausknocken? Ich glaube, ja. Au. Kommst du jetzt raus? Das war's. Ja. Okay. Wir waren durch. Okay. Sehr gut. Ja, und einmal... Ach, da ist die Schlüsselkarte. Nein? Ich muss die Schlüsselkarte nehmen. Ja, schon ein bisschen. Ich muss Nix finden, bevor sie ihm was antut. Immer mit der Ruhe. Se, dre... Wurde es die Tür? Ja. Gut ist's. Dankeschön. Wo bist du, Nix? Oh. Nette Anspieler. Äh, einfach runter? Äh, einfach runter? Ich würd mal sagen, wir haben den Kühlraum gefunden. Er muss einfach hier sein. Ich will erst mal da nachgucken. Nee, da ist nichts. Okay. Bisschen creepy hier. Was sind das für Knochen? Ich dachte, Java sammelt Kreaturen. Das sind gerade zwei von denen. Drei. Shoot. Gut. Ob ich bei denen mit den Elektro-Dingern weiterkommen würde? Wo gehst du hin? Oh, nein. Oh, nein. Sehr gut. Wir haben sabotiert. Ging ja gerade nochmal gut. Na, das ist das Gefängnis hier. Macht irgendwie total viel Sinn, dass die ganzen Zellen miteinander verbunden sind. Schlüsselkarte. Ja, was haben wir hier? Da sagst du, da ist ein warmblütiges, männliches Säugetier. Sechs Kopptentakel, große Augen, ausverbrauchte Krallen, ein Mund voller scharfer Zähne. Die beste Meister wurde gebissen und wird auf eine mögliche Vergiftung untersucht. Wir haben die Kreatur in einem Käfig gesteckt und werden ihr ein Fünftel einer Portion Brei und Fleisch geben. Wenn Java ihre Überdrüssiges verfüttert, wird sie an den Nexo. So, shoot. Bisselkarte. Nice. Okay, hier. Was bist du? Okay. Am liebsten würde ich sie ja alle hier freilassen. Okay, gut. Alter, wie viel denn noch? Okay. Wir wechseln mal. Fuck. Das war also der Bestienmeister. Ah. Wo ist... Ach, da. Oh. Alex. Geht es dir gut? Hey, ich bin da. Ich bin jetzt da. Ich weiß. Das passiert nie wieder in Ordnung, Kumpel. Komm, verschwind mir hier. N.D. 5? Ich hab ihn. Ist er verletzt? Nein, ich glaube nicht. Moment. Hast du dir etwa Sorgen um ihn gemacht? Verschwindet einfach von dort. Leise. Wenn man euch findet, kann mich niemand retten. Na gut. Hey, den kennen wir doch. Hinter dir. Oder so. Java. Richtig? Gut. Mach keinen Fehler. Meine Crew hat ein Palast... Okay. Hey, überspringen wir das. Also... Wann wirst du, äh... mein Kopfgeld löschen? Weißt du... Das ist lustig. Wollte ich auch gerade sagen. Ich hasse diesen Typen. Oh. Hallo. Besser du es nicht. Tadam. 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 Hat er verdient. Allerdings. Tadam. 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 Einverbrecherpalast. Gut zu wissen. Wo war das? Rechthrabe müssen wir weiter. So weit. Los nicht. Da kann man... Da könntest du auch mal helfen, ne? Nur so eine Idee. Hab ich jetzt... Ah Gott, mal austauschen. Noch mehr? Ja, mitnimm. Das endet nicht gut. Ja, da geht's nach draußen. Tja, well, war lustig mit dir, aber... Nein. Es ist noch nicht vorbei. Ja, das wäre zu einfach gewesen. Das war knapp. Ja, geil. Los, Beeilung. Was ist jetzt der Plan? Ernsthaft? Ja, geil. Das bringt nichts. Blaster können dem Ding nichts anhaben. Wir müssen es mit was Größerem treffen. Diese Treibstofftanks über uns könnten klappen. Fuck. Ja, dann schieß mal. Ja, das hat dir gar nicht gefallen. Jetzt lock ihm zur Tür. Oh, oh. Da raged jemand. Alter, lauf. Die Schiene klemmt. Kriegst du das wieder zum Laufen? Die Steuerung hekt mir, aber mein Hutisch ist angestorben. Fuck, 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 fuck. Ja. Uncool. Die Schiene klemmt. Kriegst du das wieder zum Laufen? Ich kann die Steuerung hekt mir, aber mein Hutisch ist angestorben. Ich kann nicht springen. Alter, lauf. Hört doch auf zu schleichen. Alter, das macht mich aggressiv. Ja, toll. 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 Fuck, 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 fuck. Natürlich noch ein drittes Mal. Ah. Ah, bitte. Ende, zweite Phase. Oh ja. Na toll. Jetzt kann ich aber irgendwelche Hebel suchen. Hör auf zu schleichen. Ah. Das werdet ihr bereuen. Fuck, 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 fuck. Suche nach einem Hebel. Wo ist dieser scheiß Hebel? Lauf, lauf. Wo ist dieser Hebel? Lauf, lauf. Das ist das nicht übernehmen. Ich weiß nicht, wo dieser scheiß Hebel ist, sein soll. Fuck. Hör auf zu schleichen. Herrgott, nochmal. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo dieser Hebel sein soll. Irgendwo da oben. Was sollst du mir bitte sagen? Du wirst das nicht überleben. Ganz ehrlich. Ich hab so kein Plan. Da ist auch nichts. Ah. Oder hier. Nee. Bitte sag mir doch, was ich tun soll. Wo ist dieser Hebel? Komm, geh. Wo ist dieser Hebel? Ein Art Kondensator. Okay, wisst ihr was? Bevor ich jetzt da noch weiter suche, schaue ich jetzt mal schnell nach, wo dieser Hebel ist. Das macht mich gerade ein bisschen aggressiv. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt, was ich machen muss. Dieser Power-Knopf, der ist links oben in dieser Arena. Und da muss ich Nix hinschicken. Äh, ja. Geiles Design. Na toll. Na toll. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Mach weiter. Fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm. Nein, das Ding fährt weg Ach, Mann Ich hasse sowas Wie die Pest Fuck Fuck Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm Komm, komm her zu mir Gott sei Dank. Das hat ja sehr gut funktioniert. Ich glaube, da ist jetzt ein bisschen Piss. Und was die Bezahlung angeht. Das Bestiengelände steht unter imperialer Kontrolle. Serekbesch und das Imperium? Oh, 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 oh. Hey, ich, äh, ich krieg das alleine hin. Ich brauch sie nicht. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Wie jetzt? Hutten rufen nach oben? Wegen der Unterhaltung. Alles klar. Müssen wir das da mal ganz kurz anschauen. Aber... Nice. So, ähm... Ausgang. Was hat's denn eigentlich bei dir da hinten noch so? Da möchte ich nicht hoch. Also, viel Spaß dann noch. Darf ich durch? Sorry, wir gehen, dass ich da ein paar Kollegen umgeniedet hab. Aber da... ...haben wir jetzt noch nicht so gut verstanden. Oh. Er hat auch einen Rancor erwähnt. Äh, ja. Stellst du mich zu Jalen durch? Ein Moment. Ich nehme an, du hast gute Nachrichten, Kay? Nope. Und dann überlegen wir, wie's weitergeht, ja? Ja. Gut, okay. Ach ja, übrigens. Ich hab mit ND5 geredet und dir etwas auf deinem Schiff hinterlassen. Das sollte helfen. Oh. Äh... Danke, Jalen. Mh, nee. Ich vertreib ihm halt... Ist ne lange Geschichte. Ja, also ich vertreib ihm halt irgendwie immer noch nicht. Aber... Okay. Lass... Woher hast du meine Frequenz? Ich hab dich gescannt, sobald wir aus dieser Grube raus waren. Ich lass dich kein drittes Mal entkommen. Komm zum Vorsonnenfeuer, dann bringen wir's hinter uns. Ernsthaft jetzt? Oh. Oh. Okay, jetzt darf ich... Das hat schon mal gut funktioniert. Ah, nee, wir sind ausgeschlagen. Hast du's jetzt? Alles noch dran. Also... Was ich eigentlich sagen wollte, ist... Dass das hier mal so richtig in die Hose gegangen ist, hier mit Tatooine. Aber... Ja, es ist ne Genugtuung, dass Hoss jetzt tot ist, für das, was er da angestellt hat. Weil ich glaub auch, wenn er jetzt nicht gestorben wäre, also nur mal so theoretisch... Dann hätte sie garantiert keinen Bock gehabt, mit ihm zu arbeiten. Nach der Aktion hier. So, was macht der Ruf? Ähm... Really? Geil. Die ganze Arbeit für gar nichts. Äh, naja. Vielleicht wird das jetzt besser mit der Hauptmission jetzt hier. Und ich will die Nebenmission jetzt trotzdem noch machen. Jetzt kann ich auch wieder speichern. Sehr geil. Nächste Episode. Wir gehen zum Schiff. Holen wir uns mal das Goodie ab. Was wir jetzt von ihm bekommen haben. Garantiert wieder Blasterverbesserung oder irgendwas in der Richtung. Und dann machen wir diese drei Nebenmissionen fürs Erste. Ja, das ganze Territorium von ihm da. Also... Einmal das hier. Ab, müssen wir gerade nehmen. Ja, wobei, mal schauen. Machen wir die Mission, vielleicht die Hauptmission und dann hier runter. Das liegt uns ungefähr auf dem Weg. Beziehungsweise werde ich da nochmal schnell reisen. Noch mal das Eisnirr machen. So, der Plan. Bis dahin. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.